Ja, und wer uns da gerettet hat? Zumindest wurden wir gerettet. Ja, kann auch weg. Muss ich jetzt irgendwas mitnehmen? Was hab ich denn hier? Hm. Okay. Keine Ahnung, wer uns da gerettet hat. Ich geh nochmal dahin, wo die Schlange war. Und zwar, da war ja noch ein Raum. Ach, läuft schön, läuft! Ich glaub, nach dem Raum war's das auch schon. Dann müssen wir nach draußen. Bäh. Hab hier gar keine Lust drauf. Hab hier gar keine Lust drauf. Ich probier jetzt da rum. Ja, in den einen Raum geh ich ja jetzt. Da kam ich noch nicht rein, da kam ich auch noch nicht hin. Ja. Okay, und es leckt schon wieder. Das mich tierisch nervt. Ich frag mich, was mir noch jetzt hier los ist. Was? Ja, hier ziehe ich das alles mit. Ich war mir sicher. Hm. Ich meinte... ...nach der Aktion war ich im Zombie. Aber wahrscheinlich auch wieder Lover im Rewrack. Was? Komische Sache. Mal gucken, was hier drin ist. Aber... Nein! Was? Was? Oh, jetzt bitte nicht! Was? 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 oder war das nur bei Müllmeer-Gitze? noch kann ich alles aussehen ich kann mich erinnern, dass der Raum zu dunkel war und ich konnte nichts sehen wenn ich mich nicht irre, ist da drin auch ein Zonger doch nicht es ist zu dunkel ok aber jetzt wisst ihr auch daran, dass ich es echt lange nicht mehr gespielt habe jetzt müssen wir nochmal zum Speicherraum laufen ich auch eher hab ein bisschen Zeit ja, was mich eigentlich nur wundert, die Kerze steht auf diesem Tisch da und soll in den Raum hinterleuchten dann mich auch etwas ich glaub der Weg ist kürzer wenn wir zu dem Speicherraum gehen wenn er jetzt auch rein ist so was mehr hat die getan schneller, schneller, schneller schneller mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem mit dem das ist ja das muss man ja auch wieder machen was ist es happened ja euer Zeug. Aber wieder ablegen. Und weiter geht's. Jill, du bist echt die Schnellste im Treppenlaufen. Muss man schon mal sagen. Kannst du am Marathon auch mitlaufen? Jetzt weiß ich gar nicht was da drin war. Beim Remake meine ich war es das Notebook. Der Notebook sah ich schon hier. Ein Teil des Buches, also der Notenbuch. Oh, womit man eigentlich die Sonnenschein-sonate spielen sollte. Eine Kerze, ja, und die ziehen wir jetzt an. Wow, die machen den Raum so hell, wa? Heeeey. So, hier ein Patron. So, jetzt gehen wir da runter. Ja, da müssen wir jetzt hin. Dort werde ich speichern, aber keine Sorge. Ich werde weiter spielen. Unsicherheit speichern, falls ich drauf bin. Ich könnte auch Quicksafe machen, aber den, äh, vertraue ich hier nicht. Habe ich früher mal gemacht. Und, da war ein Quicksafe zwar da, hab ihn auch geladen, aber er hat nicht so geladen, wie ich eigentlich zuletzt stehen geblieben bin. Dann hat Hammerfee gefehlt und, da kam ich auch nicht mehr weiter. Ja, das Game hat sich dann... So ein kleiner Bug war das eher. Mich dann auch tierisch genervt. So, jetzt müssen wir... Ja, ich weiß wohin. Ja, ich weiß wohin. Ja. Ein Rocken. Und noch ein Rocken. So viele gab es. Oh Gott. Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ja. Ich bin immer so tierwillig. So. 4 Stück gab es gleich. Oh Gott. Ach. Siehste, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Ja, ich komme mal rein. Den Zwischenspeicher habe ich vergessen. Wenn es eine Schreibmaschine gibt, werde ich daraus speichern. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo genau man die da draußen braucht. Ich kann mich da an erinnern. Aber das gab es ja hier nicht. Wenn ich mich nicht irre. Das gab es nur beim Remake. Mal gucken. Aber ich war mir sicher, die brauche ich draußen. Irgendwas werde ich dir schon benötigen. Was ist das? Was ist das? Oh. Der Bond. Danke. Oh. Siehste doch. Alle im 4 gleich hier verändern. Mal gucken. Das will ich nicht. Da kann ich mich nicht. Ich bin nicht. Oh, jetzt war der Getal gut leer. Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich... Kommen da schon große Gegner? Die Hunter? Irgendwas. Jee, stell die Tarnigan. Und die Kurbel da oben. Ah, dazwischen wirst du ja wohl passen, so fett bist du nicht. Wollen sie dies nehmen, Kurbel? Ja. Mehr war hier nicht. Munition vielleicht. Neue Waffe. Kann nichts gegen machen. Ich komm hier sicherlich wieder Hunde, ich seh's jetzt schon. Naja. So lange ich sie nicht seh, sehen sie mich nicht, so. Warte mal nicht zu sehen. Oh oh. Ich muss weg und rein. Aber ein blöder Hund. Warte mal nicht. 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 Vielen Dank.